und willkommen mein name ist daniro lp und ich bin metro mario master machen wir weiter wir haben wir haben die marschlands abgeschlossen und ich bin mir nicht genau sicher was man jetzt noch kommt aber sobald ich die see werden wir wahrscheinlich wieder ein ich werde wenn ich jetzt sagen würde ich glaube das ist irgendwie eine mine kommt es dürfte jetzt die mine kommen und wir sind ja irgendwie auf dem weg zu dem ölfeld oder so die hinrichtungsstätte einladen weil ich klar sagen nimmst mir die worte aus dem mund so ich habe meine waffen übrigens auch neu sortiert das heißt auf je auf jedem steuerkreuz das war auch ein bisschen was über ich will auch ein bisschen was kaputt machen ein erst mal bestaunen wir ja die szenerie ich habe einen tiefschlag von den hintern reingefallen oder ist untergefallen ja das wasser gefallen da kommt noch den nächsten das ist jetzt in dem leben gewesen ich habe es halt gedacht dass es das ist als wäre es wahlbarkeit es war nun ein schussloch eigentlich jetzt kann ich auch mal was kaputt machen da steht einer macht überhaupt nichts wer so ein sack auf den kopf deswegen sieht er nicht hört auf euch einfach so plastikbeutel so beutel über den kopf zu stecken es ist voll aus der mode und zweitens sieht es auch echt nicht gut aus besser und das sagen euch 200 zwei typen die von mode noch nicht mal ahnung haben ja ich denke mal drüber nach weil ich habe nur einmal geschossen und 22 coolen nach hey und granate und granate mit mehr einheimische mehr zum töten die richtige job mensch einige sind und bei mir einfach verschwinden wenn sie darüber darüber springen bei mir sind es jetzt gerade ins wasser gefallen hinter uns deswegen gesehen aber nicht aufgeschrieben wurde so wie ich die erledigt habe als runter gesprungen wenn es richtig ja das war ziemlich cool ja hier sie haben es hinter sich da kommen wir nicht weiter ich glaube ich kann das bloß mit der kurbel wegen ich warte bis schäfer auf dem floh steht da mache ich das mal wie man das kommt da bin ich gut ausgehen oh gott ja weil meine finger sind jetzt auf meinen tasten weil er mit den dingen mit tastatur und so sind wir so eine sache jetzt aber gern war er liegt bis zu nehmen wasser kommen wir gar nicht hin kurbel schneller mit deinen starken arm ich versuch's doch verdammt das ist echt eine schwere kurbel ich mach doch schon so schnell ich kann okay du kannst rüber gehen doch ich lasse es los so gibt es immer nur so zwei kombinationen vom knöpfen nicht drücken muss ich habe ich habe ein paar mehr tatsächlich muss immer entweder a und d oder fnv drücken und so mit mir stehen ist manchmal ganz schön schwierig die auseinander halten deswegen habe ich alle meine finger auf der tastatur gehabt wissen du jetzt gerade wenn du mal noch da wo ich hingegangen bin kommst du überhaupt wieder zurück da es ist so cool ja hier warte was ist was und feuerroter robin feuerroter ein eifersophie schweißer die haupt von dem einst der noel er hat gold gefunden im gras im hohen gras ich hoffe mal jetzt nicht dass ein encounter kommt hast du auch eingefunden was ein wildes rettern ein verlassen rettern wurde besiegt der nero erhält so zu viel erfahrungspunkte den lund 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 will das rettern habe ich verloren egal und granate hinterher ein braunes ei kann sich mit dem ist nein ich habe nur ein weißes dann ist das ist das weiße eine brandgranate habe ich auch gefunden ja ich kann war da oder man kann sein sammeln wasser welche so jetzt kann ich das braun ein mitnehmen wo sind die brandgranate hat gefunden ja ja nicht und nein das ölfeld warte es ist wieder einer dieser tage ich sehe da war ich einfach so mit meinen die fans auch so dahin so mehr wenn du da nimmst warte warte moment ja und es ist nicht das wo das aussieht hier lasst mich mal ruhe aber eine dusche nehmen hat man hier nirgends muss eine ruhe genug gebadet weitergeht moment man müsste ich jetzt nicht eigentlich in flammen aufgehen weil ich gerade das feuer berührt habe ich glaube dass irgendwie das wird jetzt aber richtig schlimm ich meine das ja auch irgendwie ein kettensägen typ ist das erwin ja ich da hinab dass wir den dabei erst mal erreichen ja ich glaube er hat er nicht lang ist vor man hat der lange fahr damit oben da habe ich schreien ich habe keinen platz so ist die okay wauw 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 aber hier ist noch hier ist noch schrub oder schrub position und stimmt mitnehmen das war ich wieder mit dem sport ausgemacht das war gut hinter der na wer will nicht sofort den kopf verlieren ich schätze mal er hat den kopf bei der sache verloren ok geld 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 warte mal warum ist man da ist eine kurbel ja aber wie kommen wir daran muss einen runter und dann kannst du da da kommt sogar hin doch 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 ich bin er ist blockiert auf einer seite ist von der anderen seite verregelt scheiße scheiße ich weiß wie man einkommen da war ich schon gerade richtig auch mal den weg finde ich doch nie wieder zurück ich habe da so ein grottigen orientierung sinnen erinnert mich irgendwie daran als wir mal und luigi super sager gespielt haben wer ist so rüber gehen ok ich fürchte kann hallo da und nein nicht schon weder sind noch ein paar sachen die einsamen kannst was meister hinter mir das ist bei mir jetzt bei dir auch bei gott ich ignoriere mal die sachen ja ich gründe und jetzt bei die 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 hinter mir er ist hierher weil ich bin ja gerade jetzt kommen aha ich bin aber weg da manchmal das hier ist denn jetzt überhaupt so dem weg habe ich noch mal frei gemacht oha da ist er ich bin auch hier ja gott jetzt auch bei mir ich gehe mal weg ich kann ja nicht weg wir sind zwei ja mein gott hat sie nicht geliebt ja doch nein ich konnte mir ja nicht aufsammeln okay ich habe ein riss auf dich los ja der ignoriert mich du bist du so viel lustiger mit zwei leuten was ich hinter dir hinter mir ja 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 und da kommen auch noch leute ich habe keine zeit um irgendwie zu wechseln oder so ich gehe mal nach oben nein der ist auch hier hochgekommen okay die sind beide hier oben wo bist du ich habe es da auf der karte ich sehe ich ich bringe mal ein paar poigen damit nicht Ja, oder? Das ist ja nett. Nein, ich bin mir zu weg. Nein! Scheiße. Ich bin mir zu weg. Da kann ich nicht mehr wissen. Das Ei wegmachen. Ja, ich werde auch das Ei entfernen. Und ich werde die Granaten mitnehmen. Ich denke mal, für die Typen ist die Magnum gar nicht mal so scheiße. Deswegen werde ich machen. Ich muss einfach beide Triggern. Ja. Man kann ja auch, glaube ich, einzeln, glaube ich, erledigen. Ja, das ist auch generell besser. Ich habe nicht genug Geld. Ähm. Hm. Ich tue die, äh, Brandkanaden mal raus. Nimm die Magnum mit. Und ich muss auch noch eine Waffe ablegen. Ich tue die Schutzweste weg. Ja, ich bin jetzt sehr mutig. Ich bin bereit. Warte, Moment. 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 Na. Ja. Äh, ich kann es nicht verbessern. Ich mache die Magnum. Ja, ich will die Magnum verbessern. Verkauf die sechs Käfer. Bessern. Mehr Feuerkraft. Noch mehr Feuerkraft. Hm. So. Jetzt bin ich bereit. Na gut. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Na. 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 Na, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Come on. Da habe ich mich auf mich gezeigt. Da hat er das Wagen. Kann man erledigen. So sind sie, äh. Da ist noch einer. Der zeigt einfach auf mich. Man zeigt dich mit Nackenfängen auf angezogene Leute. Oh. ich weiß ja nicht warum da herunter springt ich bin ja noch mal in sicherheit ist ja ich habe keinen platz mehr noch mann ich habe einfach zu große hosen taschen immer die blendgranate ich könnte die pistolen geben dann hast du 50 die kannst du mir dann geben dann kannst du die am geben und so nehmen ja gut machen bis so warte ich gebe dir die ja ja oder gibt mir hier auch jetzt ganz okay wie kommen wir noch mal nach hinten muss man wieder darüber schwingen jetzt so müssen wir alles wieder hier wieder ausmachen wissen nicht wie gefährlich das hier ist ich könnte halt niemals auf so einer raffinerie arbeiten da wäre wäre viel zu gefährlich im alarm was da wieder alles passieren kann ich glaube ich traut uns beide heilen bevor wir anfangen ja ist eine gute idee sind du wissen du ja 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 mancher hin und sprich mal mit dieser substanz ein so warte moment da gebe ich da auch diese substanz und dann gehe ich mal darüber dann war ich mal auf unserem ersten gast moment das ist noch nicht der triggert glaube ich erst später erstmal kommen die jetzt hier neben ja gehen wir nicht drauf bin ich in einer nähe um bald noch nicht ich habe keinen platz das ist es zum heulen das ist der nächste das ist der andere das ist genau da okay jetzt jetzt rüstig die bemerkungen aus ist hier oh mein gott kommst du in der wo kommen sie her bist du da bist du wenn alleine ich helfe ich habe meinen eigenen kollegen hier und dann kriegt er dich ja warte ich gebe dir erstmal die pistolen munition ausgezeichnet muss auch eine waffe weg tun ich tue mal das neipo man weg ich merke schon das wird wieder ein langer part und ich werde ladegeschwindigkeit ich werde die ladegeschwindigkeit mal wieder runter drehen so meine faktur schon von hoch überlad ich habe mich auch ganz irgendwie machbar ist zu diesem zeitpunkt deswegen kann ich schon alles maximum ich glaube du musst kannst du mal bis zum bestimmten punkt erst mal ja ich kann nur bis zum bestimmten punkt deswegen weiß ich nicht wie weit ich hier hoch waren sollte war irgendwie unfair wie ist egal okay ich bin bereit wir sind bereit merken schon es wird wieder ein langer part freunde also habt ihr mehr zum gucken nur erst mal bin ich hier oder kommen da geht schon mal damit die geschwindet werden glaube ich wir haben es zum beispiel abkommen habe ich nicht glauben jetzt gehen sie weg ja warum denn nicht ich habe grünes kraut aber kein platz da ich ja also für das grüne kraut habe ich platz jetzt aufschließen jetzt habe ich sogar platz für die granate jetzt habe ich aber kein platz mehr so es war wieder voll voll ausdrehen doch der granate von granate weg die gäbe ich dir mal weil er hat sie ich habe es gerade weg geworfen ich wollte die schrott finden munition haben dreh 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 schneller jetzt schießt die kaputt warte der ist doch ein fass man muss ich kaputt machen na eigentlich schießt an der truhr das war noch mehr noch mehr aber noch 34 ja ja so wird schon bei die magnum ausrüsten und gehe ich mal in den ersten prädern warte moment soll ich uns heilen naja wäre nicht schlecht ok bei uns gibt es erstmal oder ich kann noch ja warte moment ich habe mir safe spray das ist das ist wertvoller als als ein grün-rotes kraut ich kann mir die recht ich kann auch bitte sagen wir es da geht da hin in den anderen schon spiegern ja aber ich kann noch meinen ja auch dann machen wir mal ja 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 ich sehe es da und da ist er auch schon das steht dann auch ab immer der weg ich sehe nicht müssen noch aufgreifen können aber auch ist da und alles klar warte ich lag nach ich komme auch wieder in die mitte aber warte da kommt mehr ja ich kann die katze überspringen ist auch viel besser lade nach was ich dachte aber noch nicht tot der war tot ich habe es genau gesehen das zählte nicht das kommt nicht ins bestoft rein das zählte nicht gar nicht geil schön schon gewollt bekommen der zweite auch wenn man ja gar nicht ich habe gar nicht gesehen ich habe den getötet ich habe den sogar das armband abgenommen ja und das hat er die übel gelobene ja dann hat er doch hat ihm nicht geschmeckt aber ist mir egal ich bin gerade richtig angefasst ist euch man spiel sauer auf hinter der frau ich bin gerade so richtig süß sauer ich bin jetzt chris rambo ich habe den hier vollen möhre mit meiner magnome hier bedient und der fällt vor mir um ich habe ihn dann abgenommen und steht ja auf einmal hinter mir oder das ist denn überhaupt merke und dann responde einfach ja wir müssen erst das ausmachen wenn ich darauf hinkommen ja aber wir haben mich getroffen jetzt mit hilfer die war da wir sind auch hier ja und jetzt rollt ihr einfach darüber und stirbt das ja ich ja wir sind ja 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 ich habe noch zwei plätze freien dankeschön ich glaube ich glaube wir sollten sonst uns jetzt schon mal heilen ja jetzt grüßt raus so wieder aufteilen was den einen und ich nehme den anderen jetzt so gewähr muss dann kannst du mitnehmen dass das meine hat er gehört mir kannst du erwarten und den abschließen ich habe nicht genügend sniper munition und außerdem habe ich mich die weggenommen dann wird man den erlegen vorhin an der ledig dann gebe ich dir rückenfeuer aber ich habe dann auch dich los ja die geld der jedoch nicht es kommt er kommt gleich dann komme ich auch da ist auch schon dann war er mal den kaputt die bedeckung ist es dauern außer er ist nicht so ja schon hat ihn gedreht steht auf also jetzt steht auf steht auf aber spät losgelassen ja nein was also steht er steht dann auch wenn man am rad dreht ich war ich wusste nicht ob ich jetzt noch weiter durchdrehen soll ob ich los dann soll habe ich gespielt losgelassen wird sofort los aber so wahrscheinlich runter ich habe noch eine bessere idee erst mal wieder erst mal wieder den fahrern erreichen ja so diesmal haben was keine sorge meinst du da außer wir frecken auf übelste weise dann haben wir jetzt noch gewehrmusik erledigen erstmal jetzt einen ketten sägen typen nach dem anderen ja es ist glaube das ist nämlich ziemlich dumm ist wenn wir uns mit beiden gleichzeitig anlegen am anfang habe ich die beide absichtlich getriggert einfach nur weil ich dachte der witziger aber anscheinend sind ein bisschen schwierig wohnen ja vor allen dingen für so ein nobi wie mich in diesem spiel das gold 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 kleine schatzkiste aus plastik die sind ja schon wieder ganz verschwitzt nein ich treffe das alter geht doch jetzt hast du das gitter aber ihr verdammten afrikader ich bin gerade ein bisschen ist es tut mir leid was auch kämpft ne ich wirklich war uns erst mal es war heilen so ziehe ich die nähe ich leg den hebel um dann gehe ich rüber naja dann komme ich drüber naja dann töten wir den und dann drehst du am rad und dann töten wir den leid und dann kommt mein masterplan das heißt so abläufig ich mir vorstelle natürlich ich komme war naja dann noch keine muni das dauern ja okay jetzt am rat es kann ich mein plan wenn ich auch nahe nehmen okay ich stehe wieder auf die mine ist getriggert aber der ist nicht aufgestanden das gibt es doch nicht okay wir haben wir haben ein checkpoint jetzt ist aber auch wirklich jetzt einfach nicht der weg von der mine platziert damit falls da aufsteht hier in die luft dann geht die ein solch dich heilen kann zu machen jetzt haben wir haben jetzt auch ein checkpoint tatsächlich das ist doch echt krank so jetzt gehen wir darüber war und dann erledigen wir den anderen so diesmal ist du zuerst rüber und dann komme ich muss euch wieder zuerst rüber gehen ich habe ich meine ich habe die markt genommen egal ich glaube gut da geht das jetzt da wird schon gerade erst mal versucht die tür zu öffnen okay ich kann auch zuerst hier würde ich sagen kaum kommt erstmal zu mir rüber und drehe ich richtig kurbel hier ab dann drehe ich an der kurbel oh mein gott ich kann nicht reden dann kannst du ja die tür auch machen somit so aus das gezeichnet ja jetzt da kommt das auf der kommt darunter geschwungen ja genau da ja okay okay da geht er weg da ist noch keine muni oder derzeit nachladen auf lauflauflauflauflauflauflauflauflauflauflauflauf ich habe noch zwei schuss mit dabei genommen ich habe keine muss ja es war erst nachladen darauf wenn wir sich das gut ja ich glaube schon mein gott obwohl der in seiner leiche ist immer noch da ja das ist aber noch mal jetzt los da kommt noch welche geht uns aus er legt noch nein ich habe keine monik mit in der hand wisst ihr nicht dass es gefährlich ist mit dynamit rumzuspielen kinder alles nehmen was nicht nieder und nadelfest ist so ich hoffe wir haben es ist auch mal so langsam geschafft ja ja noch nicht ganz du hast noch etwas machen und nicht so nein ich habe keine magne und mehr aber alles verschossen diese beiden kettensinktypen josh sheva you're alive are you okay what how did you get here we were at the port we were attacked and then well i ended up here where's the rest of the team shit it's just the three of us now why did you not retreat i mean we are no match for them i've got unfinished business the hard drive containing data on the bow experiment had a picture inside the picture was a chris's friend a friend a friend until i catch erving and find out what the hell's going on here hey jillie valentine let's save the chit chat for later oh ja das gebiet ist auch ein bisschen nervig sie ist eleviert und sehen sie sekt sehen würde die eleviertes kauf 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 ja und das war schon zum augen schützen nachladen was finden wir mal die zone und weil sie welche brauche ich immer auf dem putsch in sieg raunt sind besser ich weiß ich weiß nicht wie man reinkommt oh mein gott bist du ja froh in dem spiel und dann ja wenn ich noch gar nicht verdammt youtube und die alle weg rein 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 was dann was ist weg was muni ich hab nicht der übrig ja josh beruhig dich ruhig dich wir sind schon so was gehört ja was mag ich mir mal irgendwann irgendwann schon noch gewährleistung und dies hat nicht so faktisch bitteschön ja ich hab doch schon ich muss ja echt auf der einladung warten dafür zeigt muss noch sein okay auch besser wie soll man ein einkommen sie ist was ist mein gott ein wieder josh redet als ob denn in da wäre ja das nennt man ja exzent ach du gehörst und ich wollte gerade anschießen gerade gesagt digga hey digga 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 kaputt doch wieder eine mine aber solche damit ich auch wie ein mienarbeiter vielleicht schon ich weiß nicht ich war ich weiß nicht wovon du redest dann ziehen wir uns das heißt in die arzt da kommen sie alle noch mal wieder kommt nein also nicht schon wieder ich kann es nicht mehr josh weil ich warte ist eine mine ja gerade ja wir sollten den namen Da ist er nicht. Ja, ist er nicht. Schlimm. 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 Raus. Raus. Ich hatte nur noch Gewehr-Munition. aber wir sind wohl noch nicht fertig we'll go after everything good okay that is probably where he's going to make his break copy that and job be careful wir sind voll immer ja dann zwei grüne ja ich habe drei plätze frei ach ich habe nur gewähr munition ist nicht gut ich überlasse dir die waffe sie gehört dir ja ich habe ja schon einfach ja ich weiß aber trotzdem du brauchst es auch eine waffe wir müssen glaube ich glaube ich nicht erledigen ich glaube ja mit der ein bisschen zeitdruck außer ich kriege moni ja aber etwas schloss bis toben munition aber fünf schloss warte jetzt hast du fest den schloss munition will da irgendwie nicht durchgehen nein 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 ich will da nicht durchgehen alles gucken was er will also ich habe hier maschinengewehr meins kann ich direkt nachladen 97 schuss und granate maschinengewehr mehr zum nachladen das jetzt auch online wenn man so ein lustiger geseller ja ich mache ich hatte mich verarschen ja weil ich glaube ich die ganze aber so viel zeit muss sein hier ist ein emblem ja so viel zeit muss sein okay und ein ist der waffe und sterbe glaube ich glaube dass das was im hals stecken geblieben ist an den goldwaren ist hat und goldbahn und gold 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 geht mehr aus dem weg da wir müssen uns bein ja ich glaube wir schaffen wir nicht mehr zeitmäßig ich habe keine schrott aus dem weg wir müssen dadurch wir sind ärzte sagen wir können oder meine mine nachkommen geben wir weiter kaut jetzt ich bin zu gierig da muss nach waren jetzt auch nichts denn er da ist auch nichts okay dann weiter weiter ja ich muss du da werde ich gedacht ich meine wache oder so aber anscheinend auf 3.000 ja ja damit können wir auch ja Oh, oh man. War es so entscheidend, wie das gut funktioniert. Ja. Ja, jetzt haben wir es. Boah, Mann ey, war das ein langes Kapitel. 48 Minuten haben wir dafür gebraucht, das ist halt ich für ein Gericht. Wir können die Akte Shell-Helma-Aloma im Archiv einsehen. Hey, das bin ich. Ja, und vorhin war aber die Akte Chris Redfield. Ja, das bin ich. Kann ich wieder Munition kriegen? Ja. Munition. Ja. Oh Mann ey. Kapazität, Pistole erhöht. Boah. Boah. Bessern. Magnum, sieben Schuss, let's go. Boah. Boah. Was ist aber für diese Folge? Ja. Und dann geht's weiter mit dem Inkabenteuer in Resilême 5. Ja, bis zum nächsten Mal und tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Vielen Dank.